Sie sind da, ergeben sie sich. Nein, wir haben versagt. Was bisher geschah? Wir müssen fahren, wir waren so nah dran. Wo fahren wir hin? Ich hab keine Ahnung. Sie sind unser Kommen. Nicht ganz. Ich hab ein Peilsender rangemacht. Wir wissen genau, wo sie sind. Holt die Polizeiautos. Wir haben sie endlich abgehängt. Wo geht's jetzt hin? Ich weiß es nicht. Holen wir sie uns. Fahren wir los. Hörst du das? Was ist das für ein Geräusch? Sie rennen. Oh nein, vor uns. Anhalten bitte. Fahr durch. Es ist egal, töte sie. Einer hängt noch dran. Ist egal, wir müssen weiter. Sie sind da vorne. Woher wissen die, wo wir sind? Nein, ein Peilsender. Wir müssen den Peilsender wegmachen. Aber wie? Ähm, was ist das vor uns? Ein Kürbisfeld. Schnall dich an. Wir fliegen. Komm, wir schaffen's rüber. Jawohl. Holen wir sie uns. Oh nein, schnell weg hier. Da ist eine Brücke. Wir können sie hier abhängen. Da ist ein Stein. Schieß es an. Sie fallen runter. Wir haben die Brücke überquert. Nein, was ist das? Die Brücke stürzt ein. Wir werden sterben. Hilfe. Stoppen. Warum? Ich hab gesagt stoppen. Oh, Entschuldigung. Wir werden euch kriegen. Irgendwann. Was ist hier passiert? Sie haben die Brücke zerstört. Wir haben sie verloren. Wir brauchen einen neuen Plan. Zurück zur Polizeistation. Weg hier. Also das war eine coole Aktion. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich muss sich übergeben. Wir haben es geschafft. Noch nicht ganz. Zerstöre den hier. Ich hab's gelöst. Ich weiß, wo ich das GPS-Signal hinmache. Tschüss. Wo geht das Signal hin? In die Brücke. Wahrscheinlich haben sie es gefunden und abgemacht. Wir müssen wieder von Anfang an starten. Sir, haben Sie eine Ahnung, was wir machen sollen? Ich überlege gerade noch. Die Brücke ist hier. Und dort haben wir sie verloren. Das heißt, wir müssen irgendwo in der Nähe von hier sein. Aber was haben sie vor? In dieser Gegend ist gar nichts. Nur Wüste. Schickt ein paar Polizisten in die Wüste rein. Vielleicht sind sie dort. Okay, weiter geht's. Ich hab ne Idee, wo wir hinfahren. Und wohin? Wo wir uns nicht erwarten werden. Mitten in die Wüste. Warum das denn? Ich kenne einen guten Bekannten. Der hat dort ein kleines Haus. Bei dem können wir bestimmt übernachten. Gute Idee. Lass dort hinfahren. 6,5 Stunden später. Wie lange noch? Wir sind fast da. Vertrau mir. Da ist es schon. Ich klopf mal. Hallo, irgendjemand da? Mann, wie unnötig. Lass wir zurückfahren. Hallo? Was machen Sie hier, Polizist? Hab ich was falsch gemacht? Kehrt Sie mich nicht mehr? Oh, warte. Doch. Wir waren auch mal früher Freunde. Kommt doch gerne rein. Und wer bist du? Äh, ich bin Tom. Ist das ne Heftingskleidung? Äh, ja. Was habt ihr gemacht? Es ist, glaube ich, besser, wenn ich mit ihm alleine rede. Ich erkläre Ihnen alles. 20 Minuten später. Also, um richtig zu verstehen. Ihr seid aus dem Gefängnis ausgebrochen und sucht jetzt Hilfe. Ich könnte euch helfen. Und wie? Ich habe oben einen Kleiderschrank. Ihr könnt euch umziehen. Das wäre echt nett, danke. Tom, geh du mal hoch und zieh dich um. Okay, das sieht gut aus. Das ziehe ich an. Ich bin fertig. Du kannst. Okay, wartet kurz hier. Das ist geil. Wir sind fertig, danke. Boah, ist auch schon ziemlich spät. Ich habe aber nur ein Bett, leider. Weißt du, wo wir schlafen können? Ein bisschen weiter in diese Richtung. Und da kommt eine Stadt. Da ist ein Hotel. Okay, danke. Wir kommen morgen wieder. Ja, okay. Komm, wir gehen. Lass das Auto hier. Wir gehen zu Fuß. 3 Uhr 28 nachts. Wie lange noch? Wir gehen erst seit 5 Minuten. Ich sehe was. Die Stadt. Hier ist jemand. Den können wir fragen. Ähm, Entschuldigung. Ja. Ist hier irgendwo ein Hotel? Einfach nur weiter geradeaus gehen. Ungefähr 100 Meter weiter. Da ist es schon. Okay, danke. Hallo. Ähm, ist hier das Hotel? Ja. Können wir eine Nacht hier buchen? Das macht dann 20 Euro, bitte. Wir haben kein Geld. Was machen wir jetzt? Können wir auch morgen kaufen? Wir sind echt müde. Okay. Geht schon mal rein. Gute Nacht euch. Was? Wir haben kein Einzelzimmer. Ist doch egal. Ich gehe nach oben. Gute Nacht. Sind Sie in der Wüste? Ja. Ich halte Ausschau. Ist irgendwas verdächtig? Ich sehe gar nichts. Kehren Sie um. Okay. Warte, hier ist noch ein Haus. Das habe ich noch nicht gesehen. Da ist ein grünes Auto. Die hatten noch ein grünes Auto. Bleibt noch da. Ist es ein Viersitzer? Ja. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Gute Arbeit. Schickt mehr Polizisten in die Wüste. Wir haben eine neue Spur. Ich schaue mal nach. Ich klopfe mal an. Jemand zu Hause? Äh, ja, was ist? Guten Tag, Sir. Wir suchen zwei Gefangene. Wissen Sie etwas davon? Äh, nein. Und warum ist dann dieses Auto vor Ihrer Tür? Das ist mein Auto. Darf ich Ihr Auto überprüfen? Okay. Es sieht eigentlich alles normal aus. Warte mal. Ist der Peilsender noch hinten dran? Nein. Aber warte mal. Ich sehe eine abgetrennte Schnur. Da war mal was dran. Das ist zu 100% Ihr Auto. Fesseln Sie den Einwohner. Aus Sicherheitsgründen. Wird gemacht. Und was ist? Drehen Sie sich kurz um. Wir müssen Sie fesseln. Warum? Das ist das Auto von denen. Sie lügen. Sagen Sie uns alles über die zwei Personen. Okay. Äh, wo bin ich? Lass weg hier. Ah, auch mal wach. Ähm, Entschuldigung, wer sind Sie? Ich war euer Schlafpartner. Ja, okay, wir gehen jetzt lieber. Äh, bevor Sie gehen. Das Geld bitte. Oh. Soll ich Ihnen drohen mit der Waffe? Nein, mach das nicht. Weißt du noch, damals? Die haben schon mal die Cops angerufen. Weil wir gedroht haben mit einer Waffe. Ich würde es nicht riskieren. Äh, ja, das Geld. Wir haben kein Geld. Wieso nicht? Äh, was passierte mit ihm? Er ist genockt. Warum? Hast du uns geholfen? Ich habe eure Pistole gesehen und habe gewusst, dass ihr irgendwelche Banditen seid. Würde ich mich vorstellen? Ich heiße Paul. Du hast auch eine Pistole. Ich bin auch ein Bandit. Was, ein Zufall. Hö, was passiert? Nein, mach nicht. Du hast ihn getötet. Hat denn noch niemanden getötet? Also doch, aber die Cops sind hinter uns her. Die suchen uns. Wir sind ausgebrochen. Oh. Sie sind in der Stadt, in einem Hotel. Holen wir sie uns. Okay, ich muss jetzt gehen. War cool, euch zu treffen. Ja, dich auch. Tschüss. Irgendwie mag ich den. Ja, das stimmt. Okay, lass zurück. Warte mal, hörst du das? Die Cops, sie sind da. Spring. Aua. Wir haben sie. Nein, die Waffe. Sie ist mir aus der Hand gefallen. Hinter uns. Auch welche. Ergeben sie sich. Nein, wir haben versagt. Sicher die Waffe. Sie sind unbewaffnet. Kommen sie mit. Steigen sie hier ein. Nimm sie mit. Du zuerst. Nein, bitte. Jetzt du. Rein mit dir. Was machen wir jetzt? Ich habe sie. Ihr könnt losfahren. Auf ins Gefängnis mit denen. So, das war's mit diesem Video. Links geht die Story weiter. Einfach drauf drücken. Aber ich würde sagen, Leute, das war's. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Mekwit. Tschüss.